Willkommen zum Video vom Tag 7 unseres Kroatien-Urlaubes. Heute ist das Ziel Primošten. Wie gesagt, ich weiß aber nicht, ob ich es richtig ausspreche. Liegt westlich von Splitt und sieht aus wie Klein Dobrovnik. Kleine vorgelagerte Mini-Insel ohne Fahrzeugverkehr, alles Fußgängerbetrieb. Wir fuhren eine wunderschöne Tour über kleinste und kurvige Straßen hin und dort gab es dann lecker Mittagessen direkt am Wasser und einen kleinen Durchgang. Trotz der Hitze und des steilen Aufstieges zum höchsten Punkt der Insel haben wir es dann auch bei den Temperaturen gewagt, wurden mit einem grandiosen Ausblick belohnt und insgesamt eine sehr schöne Tour und an einem Tag locker zu schaffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020